josen leute herzlich willkommen und vielen dank fürs einschalten es ist zwar erst dienstag und nicht mittwoch so wie ich das letzte woche gesagt habe mit diesen mittwochs videos aber hatte einfach mal lust es doch heute zu machen ist ja wurscht eigentlich dienstag mittwoch ja heutiges thema da ich in einer whatsapp gruppe eingeladen wurde von dem lieben herrn stroh artefakt und da andere gestalten in form von nerdy gamer miwo stroh artefakt wie gesagt wenn haben wir noch da sarobe ist noch drin und noch ein paar andere wohlbekannte youtuber und das thema aufkam von einem der mitglieder ob er seine sammlung auflösen sollte oder nicht und so super thema habe ich gefragt jungs wie sie das aus darf ich das für meine sendung nutzen sagt mir kein problem also leute meine frage an euch heute habt ihr schon mal daran gedacht eure sammlung aufzulösen und es muss jetzt nicht mal eine game sammlung sein es kann vielleicht sammelt ihr postkarten oder ausgestopfte tiere oder irgend sowas ist egal habt ihr schon mal mit dem gedanken gespielt die sammlung aufzulösen ich für meinen fall ich sammle erst seit gut einem jahr im dezember letzten jahr habe ich so richtig angefangen damit das ein oder andere ist natürlich schon gegangen sachen kommen sachen gehen was ich schon aufgelöst habe inzwischen denn ich habe am anfang alles gesammelt aber es ist einfach zu viel ich habe noch zu wenig platz und deswegen habe ich beschlossen und jetzt ist vor kurzem bei mir rausgegangen die meine komplette sega kollektion also beide mega drives die die dream cars die der game hier alles was mit sega zu tun hatte und meine bis auf die classic xbox auch alles raus also eine xbox von hatte ich aber nicht aber eine 360 und ist einfach alles ist raus also ich sammle im moment nur noch nintendo und playstation und die xbox classic habe ich behalten ja und ja wie gesagt jetzt seid ihr dran was sammelt ihr und habt ihr schon mal daran gedacht diese sammlung aufzulösen und ja schon mal vielen dank fürs einschalten und ich bin mal auf eure comments gespannt und jetzt im anschluss gibt es einen kleinen sneak peek zur folge die am samstag kommt episode 40 nächste woche dieses wochenende ist börse das heißt in führt das heißt nächste woche das am wochenende kommt ein börsen video also leute frage ist gestellt kleiner sneak peek jetzt im anschluss und miwo höre bloß nicht auf videos zu machen euer reed so und was hast du bezahlt 20 euro und dann frage ich ihn und was wollte was wollte sie zuerst dafür da sagt er 20 du hast nicht gehandelt der hat nicht gehandelt ach gott ja 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 ich ja